Diese Werbekampagne soll parallel zur Aussage von XBI-Chef Comey vor dem Senat ausgestrahlt werden. Ein Angriff auf Comey, produziert von Trump-Anhängern. Teil eines großen Polit-Showdowns in Washington, D.C. Er ist nur für ihn selbst, bezahlt durch die Great-America-Alliance. Jared ist eigentlich viel mehr bekannt als ich. Vielen Dank. Herr Präsident, was Texte habt ihr, um Jim Comey vor seinem Testimoni? Ich wünsche ihm Glück. Danke, alle. Für Präsident Trump könnte es ungemütlich werden. Ich brauche Loyalität. Ich erwarte Loyalität, soll er zu Comey gesagt haben. Was genau soll Trump gefordert haben? Die Ermittlungen gegen Ex-Sicherheitsberater Flynn sollen eingestellt und er selbst in der Russland-Affäre öffentlich entlastet werden. Hatte der Präsident die Absicht, Ermittlungen in der Russland-Affäre zu stören und aufzuhalten? Wenn ja, dann wäre das politisch brandgefährlich, wie Experten voraussehen. Watergate-Pale ist wirklich, in meiner Meinung nach, als ob wir jetzt befinden. Ich werde heute nicht über Theoretikalen sprechen. Ich werde nicht über das Thema kommentieren. Ich glaube nicht, es ist nicht notwendig, dass ich das in einer öffentlichen Session beantworten kann. Vielleicht bringt Comey mit seiner Aussage eine Lawine ins Rollen. In Washington wird genau beobachtet, wie Trump reagiert. Alle Augen sind dann auf diese Seite gerichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dann auf das Thema Musik und dann auf die Seite gerichtet. Vielen Dank.